Willkommen zurück zu BattleBlockTheater. Wir haben Kapitel 6 abgeschlossen. Wie unglaublich sind wir denn? Und Kati formiert sich in einen Hauaffel. Ich bin ein Yeti, Yeti, Yeti. Ich bin ein Yeti. Ich wusste nicht, ob das viel besser ist, als das zuvor. Aber ich bleib einfach bei was Affigem. Du bist Affig. Be nice, be nice. Oh komm, be nice. Ja, du bist doch immer nice. Hier, guck, spiel damit. Nein. Habe ich schon mal erwähnt, dass mein Föhn doof ist? Ich mag meinen Föhn nicht. Dann wechsel ihn. Kannst Waffen auch jederzeit wechseln. Ja, das habe ich mit meiner Steuerung noch nicht so ganz konzentriert. Also, ich weiß ja nicht, aber ich finde, dass es hier sehr, naja, nicht so aufgeräumt aussieht. Also, ich weiß ja nicht. Irgendjemand hat hier, glaube ich, eine Party veranstaltet. Ich nicht. Ich war nicht. Katzenspuren. Es waren Katzen. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es waren Hunde. Wenn es Katzenspuren sind, dann waren es in der Regel Hunde. Ach so, ja. Ja, einfach nur, um darüber hinweg zu täuschen, ja. Wir werden auch gemeinsam wieder gehen, ja. John und ich werden immer gemeinsam überall hingehen. Ja. Und sterben. Für immer und ewig und so weiter und so fort. Ja, 7.1 erwartet uns. Mal gucken, was da grausam ist. Oh, es schmeckt wie Fleischstew in hier. Es macht mich schlafen. Mal sehen, ob wir genauso failen werden wie in den letzten Folgen. Oh, ganz viele Gems! Äh, das sind dann alle jetzt nicht meine. Nicht meine. Wie kommen wir da ran? Vorsicht, das. Äh, da ist schon mal das Exit hier. Ja, ja, da wollen wir noch nicht hin. Wir können noch gar nicht hin. Wir brauchen ja mindestens zwei, ne? Ach so, okay. Moment, äh. Aber du musst aufpassen. Hä? Da ist so ein Ranhark-Ding. Ich komm, ah, okay. Du musst aufpassen, warte. Ja. Okay. Ja, du musstest aufpassen. Alles gut. Da komm ich nicht ran. Nee, klar so nicht, ja. Schiffchen, ähm, Schiffchen werde ich mal... Hä? Ah, okay. Ich glaube, ich muss was aktivieren. Aha. Frage ist nur was. Ich bin mir nicht sicher. Komm ich da vielleicht doch rüber? Probier mal. Nee, geht nicht, ne? Ich weiß nicht. Ähm. Kannst du nochmal probieren? Warte, komm mal nochmal her. Vielleicht ja doch. Mit ganz viel Anlauf und ganz viel Schwung. Oh mein Gott, jawohl. Sehr schön. So. Okay, also Checkpoint haben wir. Ach, gucke mal. Ein kleiner Stein, der spielt. Ui. Ui. Ich möchte den Stein... Nicht zum Opfer rein. Ah, der Stein muss... Der Stein... Komm mal her, Stein. Stein. Hier oder nicht? Ja, ja. Ich will den da drin haben. So. Ups, das war... Du musst... Ah. Okay, und dann müssen jemand da reinschieben oder so. Ich hab mich geopfert. Komm her. Du musst da rein. Ja, pass. Du gehst da rein jetzt. Komm. Fast, ja. Das ist super. Okay, also es läuft gut. Ja, wie immer, ne? Geh jetzt da rein. Okay. Wir haben... Ne, wir haben... Hä? Großer Stein. Ah, ne, wir haben es geschafft, ne? Okay. Ah, ah. Da ist er jetzt. Okay, und jetzt... Ah. Noch einen braunen hier, oder? Oh Gott. Was zur Hölle? Wo kriegen wir einen zweiten Stein her? Äh, da! Das Schiff, das Schiff, das Schiff. Es ist frei. Ah, so. Oh mein Gott, ist das kompliziert. Ja, jetzt ist es echt. Aber ich find's wirklich cool, dass man da so ein bisschen intensiver denken muss. Ja. So, warte. Vorsicht! Oh, genau im Schiff gelandet. Oh, wunderschön. Und du? Äh... Shit, ich glaub, das Schiff muss rund... Ja. Das haben wir jetzt kaputt gemacht. Pack. Das Wasserhaut, die Wolle kriegen wir immer. Shit. Ja. Ah, das weiß man jetzt beim zweiten Mal. Das ist immer fast... Ja, das ist echt... Das sind wir fast unschuldig jetzt. Ja. Naja, okay. Gut. Dann ist die Wolle jetzt leider verloren. Okay. Ah! Da rein, oder? Ja, da ist noch ein Schiff. Hä? Naja, aber hoch geht es nicht, oder? Also das Schiff... Okay, warte mal. Das Schiff brauchen wir aber. Ich hol's mal. Au! Dann da rein und dann schweht das weg. Äh, häh. Okay, es ist durchgeweht. Du hast die Katze auf jeden Fall damit getötet. Ja, Schiffstod nennt man das, glaub ich. Ah! Aua. Ich sterb hier grad die ganze Zeit. Ich bin grad sehr unaufmerksam. Ich auch. So, warte. Und... Los! Ich will das auch können. Ah, sehr gut. Ich kann's. Ah, Vorsicht. Ja. Ich hoffe, wir machen nicht wieder ein Fehler. Ne, ne, ne. Jetzt ist alles gut. Aber das... Was ist das denn? Die Weltraumkatze? Okay. Klingt gefährlich von mir. Oh mein Gott. Ey. Ah! Was mach ich hier? Ich weiß es nicht. Ich frag mich grad, was ich hier unten mache. Ne, also hier ist doch macht gar nichts, oder? Ne. Shit, ich glaub, wir müssen hier einen Stein manifestieren. Frieren, aber ich... Oh grad. Ne, der Stein, der liegt da rauf. Ich denke, der muss da runter, oder? Warte. Ich guck mal. Vorsicht, Vorsicht. Ja, das Ding ist ein bisschen aggressiv, hab ich festgestellt. Mann! Ja, wir müssen den Stein da, glaub ich, runter. Okay, okay. Dann, äh... Ja, wie macht man das? Oh Gott. Ne, da von hier aus nicht. Dann verpassen wir mal von hier aus. Ey! Mit des Dingens. Ah gut, wenigstens tötet es nicht. Ey! Verdammt! Jetzt! Ah! Okay, was machen wir eigentlich? Ne, jetzt ist mit mir nix, ähm... Wir müssten... ... Verdammt! Ja, ne, wir müssen... Ne, das geht nicht. Das ist nicht gut. Doch, da oben den Stein jetzt erstmal ins... Warte mal, Wurdmar. Aber wie? Wieso bin ich jetzt... Äh? Warum? Also gerade bin ich ein bisschen verwirrt. Ah, okay. Von da oben ranhangeln. Na, wenn ich mal nicht hier wäre, sondern... Warte mal. Mann, warum sterbe ich denn immer sofort an dieser Kackbombe? Das nervt voll. Mann! Jedes Mal, wenn ich da durch bin, so jetzt einfach bei dir. Jetzt bist du wieder weg. Also, wenn jetzt noch jemand die Tode zählt, ich glaube, dass... Der wird verzweifeln. Ich glaube es auch, ja. Der wird verzweifeln. Nein! Mann, ich wollte das da gerade eben wegnehmen. Okay, wir müssen im Team arbeiten. Ja. So, irgendjemand muss wen hochwerfen oder so. Got it? Ja, jetzt muss nur noch das unten weg. Äh, wie meinst du? Bam. Oh! Hä? Wieso jetzt? Okay. Okay. Äh, wo bist du? Äh, äh, ich, äh, hab keine Ahnung. Ah, du hast den zweiten Stein. Du hast den zweiten Stein. Gut, 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 gut. Ah, da bin ich. Ja, okay. Und was mache ich damit? Ja, aber warte mal. Äh, da hinten reinwerfen. In dem zweiten Ding. Nee, an der Seite. Da? Ja, da. Äh, da ist doch nichts. Nee. Achso. Ah, okay. Mhm. Krass. Jetzt brauchen wir aber den Stein von da unten, hier bei dem Vieh, um nochmal weiter zu kommen. Okay, okay. Die Frage ist nur, verdammte Axt, wie schaffen wir das? Äh, warte. Ich krieg das hin, wenn ich... Wenn dieses Vieh nicht die ganze Zeit wäre. Äh. Ich will auch wieder zu dir kommen, aber... Nee, da komme ich nicht rein. Tschüss. Das muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben. Naja, klar. Das muss doch... Hä? Warte mal. Das muss doch... Vielleicht muss ich dich dagegen werfen oder so. Vorsicht. Ja, probier jetzt mal. So, wenn wir jetzt zusammen dort sind, probieren wir mal was. Ah, das ist doch... Vorsicht. Oder ich von da unten vielleicht. Komm schon, du... Das geht nicht. Komm schon. Das muss gehen. Äh... Oh mein Gott. Du machst es aber auch so einfach. Ach so, und jetzt... Ah ja, okay. Hochschieben damit, ja. Und dann... Ja. Okay. Vorsicht. Letzter hoch, ja. Ja! Ja! Sehr gut! Du machst es einfach so gut. Du machst es so gut, John. Du machst die schwersten Sachen einfach so leicht. Naja, gut. Ich war ja nur die Theorie. Du warst die Praxis. Ja, genau. Ich habe versucht, das wegzubummsen dagegen. Aber, naja. Warte, wir müssen jetzt gleich, glaube ich, auch durch das Loch. Weißt du? Ja, stimmt. Wir sind voll. Die Sache ist nur, wir kommen da nicht durch. Ah! Doch, zusammen. Wenn wir zusammen dort sind, wollen wir mal. Ah! Nein! Niemals! Das geht nicht. Warte mal, vielleicht... Okay. Ich glaube, ich verzweifle gerade. Aber jetzt, jetzt, nein. Hey, da kommen wir, glaube ich, nicht durch. Bin ich von da oben? Nein, das geht gar nicht. Müssen wir doch da oben. Ja, ja, ja. Mann, geh mir nicht auf den Senkel. Okay. Mann, oh Mann, werden die tricky, die Dinger. Ja, die sind echt tief. Unglaublich. So geht das nicht. Vor allem, wir hängen ex... Also, nicht, dass ich das schlimm finde, aber wir hängen echt so krass an diesen ersten der Wischen. Das ist so hart. Ja, ich laufe nach oben. Warte, ich laufe nach oben. Aber warte mal, ich könnte mir ja aushelfen, indem ich das Ding höre... Ne, das ist doch zu hoch. Tick runter. Ey, lass mich. Jetzt, jetzt, jetzt sie zu... Jawohl, sehr gut. Ja! Und du? Hier bin ich, bei mir. Okay. Ich folge dir unauffällig. Games! Games, 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 games! Auch mal lustig, ey. Alle Games in einem Flex. Das ist schon lustig. Und jetzt ins Exit, ne? Ja. Gut. Sehr schön, mit dem Hut dazu. Das ist natürlich dann auch nochmal richtig gut. Wir sind schon ein bisschen perfektionistisch verantwortet, ne? Ja, aber, aber, ja, es ist dann zu leicht. Mit, ja. Es ist schade, dass wir das uns mit dem Boy-Kneufer kackt haben. Ein bisschen, ja. Ja, aber das ist zwar auch fies, ne? Ja, war ein bisschen gemeingesetzt, wenn man es nicht weiß, dann ist es echt fies. Okay. Nächstes Level, nächste Runde, nächstes Glück. Sieht sehr eisig aus, wenn du mich fragst. Ach, du Heiliger. Warte mal, wenn ich dich da hinspeise. Ne, wird nichts bringen, ne? Ne, das, das, das... Okay. Cool. Mit dem Ding kommt man so. Aha. So, dann komme ich auch mal zu dir, ne? So rein. Okay. Spontan. Hallo. Okay. Gut, erster Checkpoint schon mal. Da unten ist die... Ah, guck mal, keine Johnny. Aha, die Johns. Shit, ich komme aber nicht an die Johns ran. Ja, das könnte schwierig werden. Ups, das... Obwohl, ich habe eine Idee. Warte mal, Vorsicht. Ja. Ah! Oh ja, das will ich auch machen. Johnny! Ein wilder Ritt mit Johnny. Okay. Au, nein, so nicht. Aber ich habe meinen. So, tschüss. Ja, freut mich, dass du deinen hast. Was passiert jetzt? Ah, Moment. Habe ich jetzt hier? Ja. Okay. Mann, komm schon, Johnny! Johnny! Ach, komm. Dein John ist irgendwie stur, ne? Guck mal, so leicht kann man den scheiß John auch kriegen. Das klingt komisch, ja. Aber okay. Komm schon, John! John, hilf mir doch! Ja, okay, okay, warte. Kann ich von meinem Vieh absteigen? Ja, kann ich natürlich. Warte mal. Kann ich hier irgendwie helfen? Na, komm schon, John! Mann! Du hast schon drauf! Nee, damit nicht. Jetzt... Komm schon, John! Nein! Wieso aufpasst du mich dem John-Gott? Ich probiere es einfach, bei dir zu helfen, mit meinen mittellosen Möglichkeiten. Ich kann hier nicht mehr springen! Jetzt bin ich ein völliger Napp. Ah, nee, das wollte ich nicht. Warte, 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 warte. Jetzt komm. Nein! Fast. Nein! Puh. Ich kann nicht so springen, du darfst mich nicht so werfen, dann kann ich nicht da oben ran springen. Aber wenn ich hochwerfe, dann ist doch okay, ja? Dann geht's nicht, weil dann komme ich in so einen Wirbel rein. Okay, okay. Warte, mal gucken. Wie kann ich dir helfen? Alter, jetzt kann ich gar nicht mehr springen, oder was? Jetzt ist mein Springen verpackt. Okay. So, warte. Wie er hört... Hey! Das ist das Falsche. Das ist mein... Das ist mein... Den kriegst du nicht. Mann, komm schon! Ich bin so besorgen. Ich kann ja mal versuchen... Mann! Wie, Alter! Ich kann ja mal versuchen... Mann, komm schon! Es will nicht geritten werden! Was soll ich denn machen? Der John will nicht geritten werden. Also irgendwas ist da faul, Leute. Irgendwas stimmt da nicht mit ihr. Oh mein Gott! Alter! Das ist schon böse. Aber komm mal mit. Oh, herrje. Ah, sie holt das Schiffchen. Da brauche ich mich. Tschüss! Ich glaube, du hast einen Teppich, Alter. Nö, ich habe ein Schiffchen. Warum schwebe ich denn hinter mir? Ich glaube es einfach nicht. Das magst du wohl. Ich weiß ja auch nicht. Ich glaube, du hast dich selbst verpackt und ich schwebe. Wollte ich das? Ja. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen, aber... John, hallo. Geh mit John alleine. Geh mit ihm. Wir waren da schon mal. Ich strebe mich im Kreis, im sinnlosen Kreis. Okay, komm schon. Wir gehen da. Okay. Au. Das sind diese Verluste, ne? Ich glaube, mein Leben ist es nicht mehr wert. Ja. Okay, du gehst mit John und ich. Ich sitze auf dem Kopf. Ich glaube, der arme John kommt da nie wieder raus. Da oben ist noch ein Gem. Obwohl, ne, doch, doch, doch. Er kommt da raus. Ja. Okay. Das ist dein John. Ach, kannst du ihn auch mal haben. Ist okay. Wir teilen unsere Johnnies oder was? Du kannst ihn nur zu dir zurückrufen. Ja, genau. Das ist so krass. Wir teilen uns nicht Johnnies, Alter. Okay. Dann mal los. Ähm, Moment. Lass mich denken. Okay. Okay, okay. Ich glaube, ich muss da rein, ja. Diese Nische. Oder du schmeißt mich rein, ja. Oder schubst mich rein. Oder tötest mich rein. Ja, ich will auch. Ja, nee. Klapp. Wenn ich dich schmeiße. Ja, nee. Na, komm schon. Nee, warte mal. Das klappt so nicht, oder? Ja, 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 ja. Aber wenn ich da drücke, dann bist du da drin. Hat das einen Vorteil für dich? Nee, ne? Nee. Okay. Lass mal das. Komm schon, geh da rein. Komm schon. Komm schon. Das ist so ein Mist. Ich glaube, wir bräuchten den John. Ich weiß nicht. Es klappt nicht. Es geht nicht. Warte, warte, warte. Warte, vielleicht. Reinhauen. Nee, ich brauche nicht. Oh, Mann. Nee, das... Nee. Wir machen alles nur nicht das Richtige, glaube ich. So. Okay. Ich schmeiß die mal hoch. Okay. Vielleicht müssen wir wieder von der anderen Seite irgendwie hier was... Meinst du? Ah, warte mal. Okay. Das wäre natürlich möglich, wenn du deinen Windschub nutzt. Aber der macht das nicht lang genug, oder? Meinst du? Probier mal. Oder... Okay, mach mal weg die Dinge. Eben. Mhm. Ja! Jawohl! Unglaublich. Das geht doch. Sehr gut. So geht es doch, klar. Ähm, möchte ich sterben? Ja. Ach, guck mal, wie gehen denn die Dinge da... Oh, warte mal. Versuch mal nicht ins Ziel zu hoppen. Ja, ähm, ah, da müssen wir... Müssen wir noch mal auf den Tidde Potter, ne? Ach, okay. Okay. Da kommt es ja noch mal hin. Dann gehen die wahrscheinlich weg und... Joa, ich hab das Problem... Obwohl, man kann ja an den Rand so ein bisschen... Nee, kann man nicht. Okay, dann... Ähm. Jetzt geht's. Sind die da, die? Kann ich... Kann ich? Nein. Oh. Jetzt müsste ich dich... Hier müsste irgendwas draufstehen. Warte mal. Dann! Komm! Ja, Jaws! Du, mir! Okay, warte mal. Ich versuch, dich noch mal zu werfen. Ja, stimmt. Wenn du mich werfst, dann müsstest du... Oder wenn ich dich werfe, dann müsstest du klappen. Ach so. Ja. Okay, versuch... Wir müssen... Lass uns jetzt mal versuchen, da irgendwie raufzukommen. Ähm, wie mein? Also, dass wir halt auf diese Kante hier kommen, irgendwie. Und dann? Ja, und dann versucht einer... Ah, verdammt. Dann versuchen wir, das Ding wegzumachen, weil... Ich weiß nämlich nicht, wie das Ding weggehen soll, während... Das muss doch auch irgendwie gehen. Mh... Wir brauchen echt nicht schon. Ja, aber der kommt ja nicht runter. Ne, der hört nicht auf uns, ne? Mh-mh. Aber wenn man... Ne, an ihm ist, dann hört er auch nicht, ne. Ne, der kommt hier nicht runter. Ja, stimmt. Durch die Wolken nicht. Äh, pff... Hm, wie ist das? Warte mal. Warte mal, irgendwie muss das doch gehen. Ja, ja. Machen wir nochmal das Ding aktivieren? Ach, wenn der mal hochkommen will, ja. Los jetzt. Komm schon. Let's go! Fast, fast, fast. Dann los, jetzt! Ja, okay. So, warte mal. Ne, also da komme ich auf jeden Fall... Ne, wie soll das gehen? Ich verstehe es nicht so ganz. Ja, ich verstehe es gerade auch nicht. Na, hör schon mal auf. Ne, das... Ah, du hast es! Wahnsinn! Fuck, you sing! Schön! Äh, äh, äh... Oh, okay. Ja, du kannst jetzt gucken, wie ich gemütlich ins Ziel gehe. Dankeschön, dankeschön. Oh, ist der kleine Yeti eingespürt? Oh, das tut mir aber leid. Ja, mich mit dem kleinen Johnny umbringen. Aber das erst im nächsten Part bei Kati, würde ich sagen. Haben wir jetzt echt einen ganzen Part nur für dieses eine Level gebraucht? Ne, ich glaube, wir haben sogar zwei geschafft. Achso, okay. Dann geht es ja noch. Immerhin. Oh nein, das wäre so ein Gem. Nur weil Johnny nicht wollte. Ich sag's da. Ja, ja. Okay, dann bei mir. Bis zum nächsten Mal. Tschau.